Wir präsentieren euch die BoostBox Advanced 3760 Keysjaw Edition. Das System wird von einem Ryzen 7 2700X 8-Kernprozessor und 32 GB RAM Ballistic Sport LT angetrieben. Dazu haben wir Keysjaw eine Samsung 960 EVO M.2 SSD mit 500 GB als schnelles Systemlaufwerk spendiert. In dem BeQuiet Darkbase Pro 900 BigTower ist reichlich Platz für sauberes Kabelmanagement und den Einbau der Hardwarekomponenten, wie dem Asus Crosshair 6 Hero Mainboard mit X370 Chipsatz, das als Systemplattform zum Einsatz kommt. Damit das Flaggschiff der zweiten Ryzen-Generation seine Power voll entfalten kann, wird eine Deepcool Captain 240 EX Wasserkühlung montiert. Der 240 mm Radiator ist mit zwei 120 mm Silent TF-Lüftern bestückt, die für eine effiziente Wärmeabfuhr und einen angenehm leisen Airflow sorgen. Optisch setzt die LED-beleuchtete Pumpeneinheit im Innenraum stylische Lichtakzente. Die imposante Grafikpower liefert eine Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti aus der ROG-Serie mit satten 11 GB Grafikspeicher. Für eine zuverlässige und leise Stromversorgung verbauen wir ein BeQuiet Pure Power Netzteil mit 700 Watt und 80 Plus Silberzertifizierung. Im Silent Base-Gehäuse können zwei 5,25 Zoll-Laufwerke montiert werden. Zudem bietet es ein riesiges Platzangebot für Festplatten und SSDs. Der KeyStraw PC ist mit einer zusätzlichen 4 TB HDD ausgestattet, die die Samsung SSD ergänzt. Das schafft reichlich Speicherplatz für große Projektdateien, 4K-Videos und jede Menge Games. Die exzellente Hardware-Ausstattung wird durch die Beleuchtung perfekt zur Geltung gebracht. Tower- und Wasserkühlung sind LED-beleuchtet und sowohl das Mainboard als auch die Grafikkarte unterstützen die spektakuläre Asus Aura RGB-Technik mit personalisierbaren Lichteffekten. Tower- und Wasserkühlung sind LED-beleuchtet und LED-beleuchtet. 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 Tower- und Wasserkühlung sind LED-beleuchtet und LED-beleuchtet und LED-beleuchtet. Besuche uns auf der Gamescom. Du findest uns in Halle 8, Stand B 040. Wir freuen uns auf deinen Besuch.